Das ist Kunst, ne? Ist der durchsichtig? Warte, 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 warte. Huh! Ist da irgendwas von durchsichtig? Ne, ne? Ey! Ey! Hallo, Toto. Oh, voll schön hier. Oh, ich dachte gerade für so eine Millisekunde, dass da irgendwelche Viecher von durchsichtig sind. Es gab in Resident Evil 4 auch so ekelhafte, durchsichtige Viecher, die man nur mit so einem Wärmebildaufsatz sehen konnte. Richtige Drecksviecher. Ich weiß gar nicht, ob die ganz durchsichtig waren, aber ich weiß, dass man irgendwie so einen Wärmebildaufsatz brauchte. Warum ist denn das hier gerade so wunderschön? Ah, hier erinnere ich mich auch noch dran. Ja, ja, hier mussten wir irgendein Vieh reinlocken. Hallo! Erstmal nachladen! Ja! Bromantisch! Oh! Call in a bad romance! Ah, okay, 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 wir schaffen das. Ich darf mich nicht von den Lichtern ablenken lassen, egal wie schön sie sind. Und sie sind wirklich schön. Sie sind wunderschön! Nicht immer so tolle hauen. Das tut doch weh. Ihr vernetzt meine Gefühle! Ja! Der flucht immer! Ich höre das doch! Ja! Huh! Freundchen! Ganz ruhig hier. Und der andere hier, der Gelbe, der schnurrt auch immer so ein bisschen. Der macht immer so... Ich kann nicht schnurren! Was soll das denn gerade, ey? Ich kann nicht schnurren! Äh, schnurren! Ich kann es nicht nachmachen. Tut einfach so, als ob ich geschnurrt hätte. Perfekt. Wie eine Katze. Oder wie ein Sugar Daddy. Irgendwie so. War es das? Kann ich gehen? Ja, da, 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 da! Würde mich verstellen, wenn es eine Katze geben würde, die so stort. Aber irgendwie auch geil. Okay. Okay, okay, okay. Nein! Miep, miep! Wir schaffen das. Okay. Miep! Miep! Okay. Geile Sache! Danke! Danke, 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 danke! Danke! Speichern! Speichern! Oh, hier gibt es ein Notfall-Telefon. Wie geil, danke! Schnurrmeer. Gah, da, 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 da! Ist das nicht toll? Ich habe so viele unentdeckte Talente. Frisch gewischt! Sieht man. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die weiße, fluorescierte Flüssigkeit Blut ist, ne? Ansonsten wäre das hier verstörend. Interessant, aber verstörend. Ich hoffe, das ist Blut. Was? Isaac, ich bin's. Könnte ich doch nur mit dir reden. Es tut mir alles so leid. Es tut mir leid, ich bin's. Ich wusste, ich könnte überhaupt mit jemandem reden. Hier bricht alles auseinander. Ich kann nicht glauben, was vorsichtig ist. Heldschau. So ein kleines Ding. Er ist... Möglichst läuft es auf eine kleine Sache hinaus. Ich wollte nicht, dass es so windet. Ich wollte dich wirklich wiedersehen. Nur noch einmal. Ich habe dich gelebt. Wer soll dir das glauben? Wer? Wie die sich jetzt erst mal Stereoide spritzt. Die Alte. Immer fett am Pumpen. Weißt du, erst so ein Dreiviertelspiel lang... Oh, du bist so scheiße, Isaac. Ich hasse dich. Du bleibes Arschloch. Und dann, als sie merkt, dass sie im Jenseits keine andere Person zum Reden hat. Dann sind wir wieder gut genug, ne? Dann heißt es wieder auch, Isaac. Komm mal her, Schatzi. Gib mir mal ein Küsschen. Oh! Direkt hinter mir! Was ist los? Alles klar? Alles Sopi. Alles Totti. Alles Totti. Ich hab eine Leiter! Puh, lass mich rein! Ähm... Hier. Komm mal her. Überall Milch! Ja, komm her! Komm her, komm! Nein, komm zurück! Hm, komm her! Hm, danke. Danke, danke, danke. Okay. Okay. Nein, geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch! Ah! Wie? Äh! Was für hässliche Viecher! Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Hey! No! Ey! Komm ich hier rein? Ich nehm mal an, ich sollte da doch mal rein. Hier ist Sackgasse. Ach Mist. Okay. Ähm... Was bist du eigentlich? Kann ich mit dir irgendwas machen? Nein. Ist das heute wieder aufregend? Hallo? Hallo? Wo sind die denn? Oh! Ja! Ja, warum hast du nicht ja gesagt? Wenn's kostenlos ist, ne? Mit einem Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul. Vergiss das nicht. Ey, komm her! Äh! Ja, komm her! So. Nein, lass mich in Ruhe! Nein, lass mich in Ruhe! Ah! Ah! Ey! Nicht von allen Seiten hier, okay? Ah! Fuck! Ich hab keine Molli mehr! Und, äh, kein Nidipack, meine ich. Ah! Fuck! Dieser eine Millimeter, der mir jetzt doch zum Erfolg geholfen hätte. Ah! Komm schon! Wie groß kann so eine Krankenstation schon sein? Also... Ich kann's nicht glauben! Wo hat denn das jetzt gespeichert? Wo muss ich denn lang? Wo? Tschüss! Mann! Nein! Unmöglich! Hier hat er es gespeichert! Warum? Oh, ein Werkzeugkoffer! Mio! Kann ich die eigentlich von hier oben irgendwie... Hup! Wo ist es denn? Ach, da. Ja, komm her! Warte! 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 Wuh! Wo ist es denn? Hey! Ey! Wo bist du? Wo bist du? Wo ist es denn? Ah! Frechheit! Okay. Komm her, komm! So. Ich will wieder hoch! Ich will wieder hoch! Nein! Komm her! Komm ran! Das ist nicht feige! Es ist total mutig! Komm her! Die sind heute so schüchtern! Aber ich sehe das Schwänzchen! Können wir da drauf schießen? Fand er nicht so toll. Okay. Gut. Mip, mip! 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 Haben wir hier noch was? Nö! Ey! Wie der uns auch immer Orp feikt! Nein! Uah! Warte! 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 Stopp! Stopp! Okay. Nie! Ich geh nach Hause! Haha! Wuh! Warte! Oh, wie das ein Flickflack macht! Krass! Okay. Komm her! Ah! Nein! Warte! Warte! Ach, wir können die aufladen? Okay. Wir können mit der auch so einen Ultraschuss abgeben. Das habe ich ja jetzt erst gelernt. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen! Wir haben gleich keine Muni mehr. Huh! Ich lerne immer mehr! Komm mal her! Okay. Ist jetzt hier auch mal Ruhe, ne? Gibt's ja wohl nicht. Immer diese Unruhestifterei hier. Ah, wir können auch webbeln. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf den Ripper. Ich mag den irgendwie. Okay. So, hier. Wir heben uns mal zwei auf. Wir werden die eventuell nochmal brauchen. Hier zum Beispiel. Ah! Es ist so schön hier! Es ist so wunderschön! Ich liebe die Farben! Ja, dankeschön! Danke, danke! Das war's? Toll. Ah, da. Ah! Was ist das für eine Verarsche hier? Was war das denn für eine Verarsche? Kam da erst mal so ein Krebs raus? Nein! Nein! Ich geh weiter! Das war ja gerade gemein! Was? Du hast meine Verarscheid nicht gesehen. Diesen Farb schüttet. Wo sie viele als die anderen in die Leichen alle gebracht. Einer von vielen versuchten. Oder haben sie nicht zu einem von denen gemacht? Wann sich auf die Schuhe nach weiteren Opfern Blut verschmiert durch die Tänke? Die Nicole! Wir gehen jetzt nochmal in den Shop. Und dann speichern wir. Und dann machen wir für heute Schluss. Ich glaube, wir sind... ganz gut vorangekommen. Glaube ich. Ich denke, besser als letztes Mal. Ich bin mir dabei nicht so sicher. Ich glaube, es war schon ganz okay. Wir haben gar nicht so viel Geld. Ja, wir lassen das. Egal, dann speichern wir nur. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo wir hinkommen. Ko encaraない Ort. teams auf ihren St самый. Wir machen unsere Artikel. Ein wissen einfach. máxim du Ebene fest. Es ist ein neues St. Weihnachten. Es gibt jetzt noch. Wir machen den saute. Nein. Unternehmen. Wir machen das ganze Mal. Dructos zu. Pfing. Hast du dirweder. Musik Musik